Oh, ich treff den nicht. Ja, das ist natürlich gefährlich, ne? Ja, ja, jetzt gehen wieder beide drauf. Mann, ich will den hier narkotisieren. Meinst du, das klappt? Äh, versuch was wert. Ach komm, Geronimo. Hast du den links getroffen paar Mal damit? Weiß ich nicht, das ist ja das. Warte mal, prob ich auch nochmal. Ich glaube, ich habe eh nur noch einen Schuss, dann ist der Bogen kaputt. Boah, das kann doch nicht angehen. Ja. Was geht denn jetzt ab, Alter? So, wie es zu Ende geht, sehen wir dann aber... Ne, müssen wir ja jetzt sehen, ne? Hm, was ist die Problematik? Ich glaube einfach, dass, äh... Die nicht gerade viel Damage machen, die Prösche. Ja, aber ich renne dem Vieh gerade hier als mit dem Speer hin. Ja, kriegst du den eh nicht so richtig... Boah... Jetzt fehlt mir hier Metal, Ingotten... Oh! Oh! Und du... Komm mal zurück! Du hast eine Schildkröte hinter dir, warum auch immer. Ryan Frosch ist tot. Ich hole den Sattel. Ja, der andere wird auch gleich tot sein, weil er auf die Schildkröte geht. Was? Serverleck, nein, 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 nein! Nicht jetzt! Mach doch keinen Mist! Oh, der Frosch wird auch nicht mehr überleben, da hinten. Ich aber auch nicht mehr lang. Eigentlich geht es ganz gut mit dem Speer. Oh, jetzt hat er mich mal erwischt. Ui! Ja, nicht auf mich, ne? Triffst du irgendwie immer mich? Ich bin fast tot, das ist ja das Schlimme. Oh, der Frosch hat überlebt! Wow! Ja. Nimmst du meine Sachen mit? Ja, wenn ich reinkomme jetzt, ohne zu... gestört zu werden? Verdammt! Neh mal das mit, was ich jetzt als wichtig erachte. So Pfeile, Waffen und so ein Kram. Rüstung? Rüstung? Ach so, da. Stimmt. Der hat jetzt gar nicht dran gedacht. So, das Teil, das Teil, Speer. Das Schlimmste daran ist, ich würde ja sagen, ich komme dir hinterher. Ich habe nur keine Ahnung, wo du bist. Das war unten und dann links. Da bin ich so, um mein Zeug zu retten. Unten, ne, unten rechts war das. Unten rechts rum. Der Frosch ist tot, ey. Einen Sattel habe ich. Kann ich mir eigentlich jetzt auch looten, ne? Wer ist denn... Ja, der ist immer noch beschäftigt da, aber... geht gar nicht hier. Oder le... Ne, der ist tatsächlich tot. Wer? Der erste Frosch da. Der andere ist auch tot. Geil. Bei dem scheiß Druthahn. Okay, der scheint eindeutig was Besonderes zu sein. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Immer noch rechts. Nice. Das Speer. Okay, ich habe noch einen zum Glück. Das ist dein Speer jetzt. Ja, solange er hilft. Ja. Nein, ist der auch kaputt. Oh, jetzt habe ich nur noch Fäuste. Und mit Fäusten wage ich es nicht, gegen den Druthahn zu kämpfen. Oh, verdammt. Da ist ein Skorpion. Auch das noch. Ich hole aber mal den Sattel von dem anderen. Ne? Was geht denn da unten ab? Na, horde die... Oh, fünf Dilos gehen auf den Parasau. Ich bin doch voll der falschen Ecke hier gerade. Du warst doch irgendwo am Wasser, ne? Ja. Da ist ein Pronto. Was zum Sagt, die Ausdauer geht. Der rennt... Ach du Scheiße. Der ist interessiert. Sonst gehe Richtung Wasserfall. Was? Richtung Wasserfall? Nein. Du warst doch irgendwo hinter hinten. Ja, ich bin auch schon... ...wieder in der Nähe. Da hinten ist ein Eisberg. Hier, die Landzunge sieht cool aus. Also ein Skorpion. Was gab es, was wir da schön zittil fahren könnten? Ja. Ein Skorpion hier unten am Wasser? Normal. Oh, leck. Ich bin gerade hinter dem roten Ding. Das war doof. Ich muss gerade irgendwo einen Landeplatz suchen. Das ist Feierabend. So bist du ja nicht gelaufen. Das ist so einfacher. Ich sehe einen Raptor. Was habe ich in der letzten Folge noch gesagt? Ich habe ewig keinen mehr gesehen. Da ist einer. Ja, genau. Also ich bin beim roten Ding. Okay. Ich habe nämlich keine Ahnung, in welche Richtung wir mit dem Vieh gerannt sind. Ich glaube, ich sehe dich, wenn du das da bist. Ich bin in der Nähe von dem roten Ding. Ne? Von dem großen. Something to eat fast? Ist der Troutan dich jetzt eigentlich in Ruhe? Ne, ne. Der ist immer noch hinter mir her. Na super. Keine Ahnung. Unser Tri-Cut Level 64. Ich glaube es ja gar nicht. Keine Ahnung, wie wir den... Kannst du mal sowas wie einen Gatter bauen oder so? Dass wir den einsperren, den Troutan? Denkst du ernsthaft, was hindert denn? Weiß nicht. Narkosepfeile. Na gut, hätte ich jetzt noch durch dich. Aber ich kann ja nicht schießen. Ich laufe jetzt gerade zum Haus hoch. Und werfe da mal so ein paar Sachen ab. Die müsstest du reparieren, während ich den uns vom Leib halte. Und zwar... Warte, der ist jeden Moment auch gleich hier. Boah. Äh. Drop. Ich droppe erstmal das, was alles futsch ist. Ja, wahrscheinlich alles von mir. Hast du meinen Zitin zufällig mitgerettet? Warte. Warte. Okay, ein bisschen Zeit habe ich noch. Zitin habe ich auch, ja. Die Sattel, die kannst... Oh. Die Sattel kannst... Ja, ja. Oh, ja, okay. Das Problem ist, dann gehen ja auch die hier alle mit rauf, ne? Oh, jetzt habe ich auch Kampfmusik. Jetzt habe ich den Trike hinter mir, ey, weil ich den getroffen habe. Verdammt. Jetzt kämpfen unsere Trikes und unsere Flugsaurier hier. Oh, nein. Oh, oh, je. Aber ich glaube, der Trike ist tot. Ja. Gut, ich wollte gerade sagen, unser Trike ist auf Level 64, ne? Der haut auch gut rein. So, apropos Trike 64. Wild Super Turkey. Danger, geh mal in Deckung. Lol. Haha, wie weit der denn wegkickt. Ja, komm, da kann der sich mit dem begnügen. Bisschen Fußball spielen. So, er kickt den immer schön da runter, ey. Oh. Also, irgendwann müsste doch der Trike den schaffen, ne? Ich meine, das ist 64, ne? Ja, eben. Okay, ist schön. Dann kann ich immer eben Wasser holen. Warte, ich hau ihn noch einmal schnell weg. Dann kann ich dir das Zeug wieder geben, dass du das vielleicht reparierst. Moment, ich muss aber erst mal hier aufladen. Du, hast auch noch was zum Aufladen. Oh, da ist er schon wieder. Oh, jetzt hat er das kaputt gemacht, da. Rob, was? Trike bleib hier, bleib ruhig. Was? Ach, nö. So, ich geh mal in die Hütte, ey. Ich hab dir das Zeug hingeschmissen, ne? Ja. So, was haben wir denn hier? Zu reparieren. Chitin? Äh, Chitin hast du aber noch, oder? Ach, das kann sein, ja. Warte. Ja. Nein. Nein. Drop. Verdammt. Ah, jetzt kann ich wieder sprinten. Gerade ging das nicht. Äh, ich hab's. Ist das krass. Ne überlange Folge, Leute. Ach, wenn das so weitergeht, cutten wir die in zwei. Nein. Ja. Der will aber auch nicht K.O. gehen, ne? Ne, das ist so Wahnsinn. Da hätte man sich mal informieren sollen, ne? Hm. Das kann ja keiner wissen. Ja, es stand ja irgendwas da. Aber ich hab das gar nicht durchgelesen, so wirklich. War eigentlich blöd. Aber ich glaube, hab ich ihn, nein. Fiber. Was leuchtet denn da hinten? Leuchtet doch, ne. Das ist eine Reflektion. Hallo? Ach so, krass. Das war zu viel. So, das kann ich... Äh, ja. Kann ich reparieren? Ne. Ich glaube, der ist unverwundbar so langsam. Gehen da sogar ein paar... Naja, das ist ein paar Versauren. Meinst du? Lebt denn unser Inventar überhaupt noch alles? Flugi, seh ich. Repair. Hä? Hab ich doch eigentlich alles. Ach so, macht er schon. Da unten ist Stego. Da ist Flugi. Wo ist der Rest der Truppe? Ja, der Rest ist tot, ne? Würde ich sagen. Ach, nicht schon wieder. Was ist das jetzt? Wir haben wieder nur noch einen Flugsaurier. Hat er den auch erwischt, den einen? Ich weiß es nicht. Oh. Schau, wie immer diese Mega-Mini-Lags. Also, die komplett stillstehen, sind aber halt nur kurz anhalten. Also, hier ist Flugi und der andere... Na komm, dann töte mich. Vielleicht lässt du uns ja dann in Ruhe. Nein, weil Trike natürlich auch drauf geht. Oh, und wir hatten Frösche, ey. So ein Mist aber auch. Weiß jetzt gar nicht... Ach so, das war dann... So, vielleicht lässt er uns ja jetzt in Ruhe. Ich guck mal ganz vorsichtig. Normalerweise, wenn das Ziel... Wenn sein Ziel tot ist, ne? Ich hab Trike jetzt auch runtergestellt. Ja, der kickt den die ganze Zeit im Wasser hin und her. Was? Ich hab ihn doch auf... Ich hab ihn doch umgestellt. Ich glaube aber, ich hab gesehen, wie er da gerade rumkickt. Trike, wo bist du? So, in dem... Smithy sind deine Sachen. Dann haben wir ja alles verloren. Bisschen vor Einflugsaurier. Ein bisschen was konnte ich retten. Holz. Ach, jawohl. Wenigstens hab ich wieder eine Rüstung. Holzweils wieder an Waffen und allem. Aber ich würde sagen... Nee, ist auch da. Deine Dings. Was? Armbrust. Oh, geil. Wirst du bloß mal die Pfeile irgendwie aufteilen jetzt hier? Na? Ach komm, ich nimm die auf. Ich nimm die auf, hör dich. Dann hab ich hier noch 25 normale Pfeile. Dann hab ich noch eine Spitzarkt, einen Wasserbeutel. Der Bogen, das ist glaube ich mein alter Bogen. Den brauch ich auch nicht mehr unbedingt. Wobei gerade war es schon nicht schlecht, ne? Noch mal einen Bogen dabei zu haben. Ja, unser Trike ist gerade getötet worden. Das heißt, das Vieh kommt jeden Moment wieder hier hoch, oder was? Ich hoffe nicht. Alter, unser Trike mit Level 64. Das hat er doch vergessen. Ja, ne? Dann machen wir jetzt hier aber trotzdem mal einen Cut, würde ich sagen. Wir können uns ja mal schlau machen, was man da machen muss, um das Vieh zu besiegen. Wenigstens haben wir noch einen Flugsaurier. Ja, immerhin. Alles klar. Ja, ne? Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. War ja ein sehr erlebnisreicher Part. Zur Doppelfolge. Genau. Dann werden wir wahrscheinlich trotzdem gesplitten. Wenn ihr das hier seht, werdet ihr erst wissen, ob wir es gesplittet haben oder nicht. Ich bin still. Danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl. Und tschüss. Haut darin, bis dahin. Und...